Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Dork Hotel. Wurde hier schon ganz, ganz müde, aber er muss noch einmal gewaschen werden. Das machen wir jetzt noch einmal, bevor wir den Tag beenden. So, abduschen und abtrocknen. So, und dann können wir den Tag beenden. Max verlässt uns. Elias, wie kann man einem so süßen Hund nur so etwas antun? Max, bei mir würde es dir gut gehen. Okay, das ist schön. Level 19. Es kommt Shadow. Die Familie von Emma hat Zuwachs bekommen. Shadow muss lernen, sich besser zu benehmen, damit das Kind keine Angst hat. Okay. Oh, es kam nur Shadow. Okay. Hallo, Shadow. Was können wir bei dir tun? Training, Liebe und Erziehung. Okay, das kriegen wir hin. Dann machen wir hier bei Chloe mal ordentlich sauber. Dann gibt es Futter. Und da war es noch ein bisschen Training und dann auch noch waschen. Und hier auf jeden Fall auch Futter und sauber machen. Und da fehlt dann auch nur noch mal waschen. Okay, dann fangen wir doch an bei Shadow. Shadow machen wir doch erstmal, spielen wir doch erstmal, würde ich sagen. Mal noch und dann haben wir das nämlich fertig. Einmal mit dem Ball. Okay, dann machen wir das Suchspiel. Ich versuche das mal. So, kommen wir hier lang. Halt, da lang. Okay. Mal eben schnell gucken. Ja, würde ich sagen, machen wir einfach noch mal das Suchspiel. Das geht am schnellsten. Na, hier lang. Und da lang. Nein, hier unten. Und hier. Dreh dich. Dreh dich. Okay. Ich glaube, das war es dann. Ne, war es noch nicht energietechnisch. Die Frage, reicht uns das, wenn wir das noch einmal machen? Also es dürfte ja beinahe zumindest fürs Training reichen. So, das letzte Mal. Hier, 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 hier. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt sind. Ja, super. Dann noch ein einziges Mal Klickertraining irgendwie und dann kann Shadow uns morgen auch verlassen. Ähm, Chloe, was können wir noch für dich tun? Ähm, Training war das noch, aber erstmal bürsten würde ich noch einmal. So, dann ist nämlich die Pflege auch voll und dann gehen wir mit ihr einmal auf den Parcours. Na, verdammt. Immer wieder das Gleiche. Schlimm, schlimm, schlimm. Und, jawohl. Okay, dann sollte das jetzt eigentlich, ähm, passen und sie müsste uns verlassen können. Ja, alles fertig. Dann kann sie eigentlich auch noch draußen. So, und dann spielen wir mit Udi. Spielen? Nein, waschen noch. War gar nicht spielen, ne. Hab ich spielen irgendwie in Erinnerung gehabt. Noch einmal waschen. So, ein sauberes Hündchen. Ja, dann können wir den Tag beenden. Und es verlassen uns einige. Chloe verlässt uns. Herr Schmidt, ich hab dich auch sehr vermisst, Chloe. Vielen Dank für die Unterkunft. Ja, bitteschön. Und Rudi. Herr Becker, ich bin so glücklich, dass ich Rudi retten und ihm ein neues Zuhause geben kann. Super. Riley kommt. Riley soll in einer Fernsehwerbung mitspielen. Herr Möller möchte, dass er dafür besonders gesund und schön aussieht. Kümmere dich darum. Okay. Lulu. Lulu soll demnächst an einer Hundeschau teilnehmen. Frau Lange möchte, dass sie fit und gesund aussieht, damit sie eine Chance auf den Titel hat. Okay. Oh, und Anni. Emma ist für ein paar Tage verreist. Anni soll es in ihrer Abwesenheit gut gehen. Okay. Alles klar. Dann schauen wir doch mal erst mal nach Shadow. Einmal Essen, bitte. Was fehlt denn bei Shadow noch? Ähm, das war einmal Klickertraining noch. Dann haben wir das erledigt. Ähm, und einmal bürsten. Aber wir füttern jetzt erst mal, erst mal alle durch hier. So, und dann kümmern wir uns um Shadow. Einmal bürsten. Und dann kümmern wir uns um Shadow. So, und einmal klickern. Und dann kann uns Shadow nämlich heute auch verlassen. So. Und nochmal. Okay, das war's schon. Shadow kann uns verlassen. Dann gucken wir jetzt nach Riley. Der braucht Futter, Waschen und Erziehung. Okay, dann fangen wir doch mit dem Waschen an. So, dann haben wir das jetzt einmal. Dann klickern wir. Ich nehm' gerade nur Sitz, ne? Fällt mir auch gerade auf irgendwie. Die letzte Zeit nur Sitz genommen. Muss mal wieder was anderes klickern. Aber das ist irgendwie so einfach, das Sitz. So. Okay, dann klickern wir dann noch einmal weiter. Ähm, machen wir Pfötchen. Und einmal noch. Jawohl. Dann haben wir, glaube ich, das voll. Genau, da müssen wir nur noch waschen. Das machen wir jetzt noch einmal. Äh, da. So. Ähm, auch voll. Okay, super. Ja, dann ist nur noch Füttern. Das können wir dann aber morgen machen. So. Dann kümmern wir uns um Lulu. Oh Gott, Lulu, du bist ganz dreckig. Ja, Waschen, Training und Erziehung. Okay. Also erstmal müssen wir dich waschen. So dreckig, wie du bist, musst du erst gewaschen werden. Bevor man hier überhaupt irgendwas mit dir machen kann, ne? So. Na. Okay. Also schon mal ein etwas sauberer Hund. Was können wir denn jetzt noch machen? Das ist Training und... Machen wir doch einmal Suchspiel. So, komm hier lang. Und hier weiter. Dahin. Und hier weiter. So, dann einmal buddeln. Ah, ah. Falsche Box. Eins, zwei, darüber, bitte. So, Lulu. Mh, einmal müssten wir noch. Einmal noch. Und dann können wir klickern. Dann machen wir doch noch einmal Suchspiel und dann klickern wir nochmal. Mh, da. Okay. Hierüber bitte. Mensch, die Richtung hier ging es ja noch nie. Das ist das allererste Mal, dass wir hier in die Richtung gegangen sind. Cool. Okay. Dann haben wir das voll. Mhm. Dann könnten wir jetzt noch entweder einmal waschen oder klickern. Dann waschen wir noch einmal und dann klickern wir einmal. Und dann, denke ich, ist das ganz okay. Dann können wir nämlich am nächsten Tag klickern noch. Und dann sollte sie uns auch verlassen können wieder. So. Okay, dann, ja, ist nur noch klickern. Klickern wir noch einmal. Was machen wir? Machen wir totstellen. So. Okay. Okay. Dann hat sie auch keine Energie mehr und ist fast fertig. Ja, dann würde ich an dieser Stelle erstmal den Part beenden. Und im nächsten kümmern wir uns dann um Anni. Also, bis denn. Ciao, ciao.